Herzlich willkommen zu dem kleinen Kurzurlaub in Büsum. Wir sind im April nach Ostern antizyklisch bewusst, in der Hoffnung, dass es nicht so voll ist, nach Büsum gefahren. Wir kommen ja aus Hamburg und da sind es dann auch nur so anderthalb Stunden Autofahrt. Man kommt da über die A23 hin. Wir haben einfach mal Lust gehabt, uns die Nase an der Nordsee durchwehen zu... Nee, wie sagt man? Die Nase in die Nordseeluft zu stecken. So ähnlich. Ich hatte im Vorfeld schon von Leuten gehört, die da waren, ja, das hätte sich ganz doll gemausert. Ich war zuletzt in den 80er Jahren in Büsum und da war das noch eher so ein gräuliches, kleines Häfelein, nur unspektakulär. Da waren Kutter, okay, man kannte die Krabben, die sind ja weltweit bekannt aus Büsum, dazu auch gleich noch mehr. Jedenfalls sagten die einen, nee, das hätten sie alles ganz toll jetzt angelegt und viel Bespaßung auch für Familien und Kinder und gute Einkehrmöglichkeiten, Wander- und Spaziermöglichkeiten. Andere sagten, da sind nur Rentner. Das fand ich jetzt, es sind viele ältere Menschen da, aber nicht nur, nein, nein, da sind auch wirklich viele Familien mit Kindern da. Büsum ist tatsächlich in Schleswig-Holstein der fünftgrößte Ferienort und zwar nach Westerland, St. Peter Orr, den Grömitz- und Timmendorfer Strand. Und die sind auch schon lange im Tourismus da unterwegs. Übrigens interessant, wer hätte es gewusst, Büsum war einmal eine Insel. Es war umspült von Nordsee und durch Landgewinnung, das macht man so mit Quellern, das sind so Pflanzen, die salzwasserresistent sind und da versucht man so dem Meer abzutrotzen sozusagen. Seit 1585 ist Büsum mit dem Festland verbunden. Was sieht man von weithin schon? Einen riesen Hochhausklotz, möchte man sagen, von 1972. Ich weiß gar nicht, ob es Hotel ist, aber jedenfalls erbaut am Deich. Man nimmt es dann auch gerne, wenn man auf Radtouren ist, mal als Orientierungspunkt. Ansonsten nenne ich das mal Bausünde aus Beton. Man erkennt Büsum jedenfalls schon von Weitem. Was haben wir dort gemacht? Wir waren ja nur vier Tage da, wirklich Kurzurlaub. Wir hatten ein Hotel, was ganz gut gelegen war. Man war schnell am Hafen, schnell am Deich. Und da haben wir uns auch Fahrräder mitgenommen. Wir hatten E-Bikes. Man kann sie sich dort auch mieten. Kostet 20 Euro pro Tag, das E-Bike, was wir da gesehen haben. Da kann man dann wunderbar auf ausgeschilderten Wegen radeln. Da gibt es auch so Karten im Netz, die man aufrufen kann mit Empfehlungen für unterschiedlich lange Touren. Ist ja alles plattes Land, insofern wird es auch nicht großartig. Anstrengungen, Steigungen sind dort nicht so sehr zu erwarten. Man hat eben den Überblick so im Norden. Was wir auch gemacht haben, war an einem Tag, da war es wirklich richtiges norddeutsches Schiedwetter. Und da mochte man wirklich nicht unbedingt draußen spazieren und radeln. Ach, dann fahren wir mal mit so einem Kutter zu den Seehundbänken. Man kann sich die Karten, die Tickets online kaufen. Das kostet pro Nase Erwachsene 25 Euro, wenn ich das recht im Kopf habe. Knappe zweieinhalb Stunden waren wir unterwegs und das startet also direkt im Hafen Büsum das Schiff. Man hat auch auf jeden Fall eine Garantie, Seehunde zu Gesicht zu bekommen. Was ich nun allerdings einschränkend sagen muss, bei schlechtem Wetter sitzt man da bei beschlagener, verregneter Fensterscheibe im Kutter und kann rausgucken, aber nichts sehen. Man musste dann schon sich mit vielen anderen dann ins Freie drängeln und das war ja, wie gesagt, bei diesem Wetter mit Sturm und Peitschen im Regen nicht das ganz große Vergnügen. Aber wir haben Seehunde zu Gesicht bekommen. Wir haben auch leckere, frische Scholle gegessen. Das war ein Hochgenuss. Dafür steht ja Büsum auch für den Fischfang. Und zu den Krabben nochmal zurückzukommen. Berühmt sind sie ja für Büsum, aber der Krabbenfang geht kontinuierlich zurück. Auch die Fischerboote, die Kutter gehen zahlenmäßig immer weiter zurück. Und nun gibt es noch eine Ankündigung der EU-Kommission, dass sie das nachhaltige Fischen bis 2030 schrittweise umsetzen wollen. Und dazu zählt womöglich, das ist jetzt gerade noch im Gespräch, das Verbot von diesen Grundnetzen, Schleppnetzen. Das sind die Netze, mit denen eben auch Krabbenfischer unterwegs sind. Und das ist auch notwendig, weil anders kriegst du keine Krabbe gefangen. Wie einer der Fischer dort in irgendeinem Interview mal sagte, angeln kannst du nicht, leuchtet ein. Und dann gibt es aber auch ein Institut, das hat das wohl auch untersucht, wie schädlich sind wirklich diese Schleppnetze. Der Vorwurf lautet, dass die Meeresböden aufgewühlt werden durch diese Schleppnetze. Und damit werden natürlich diese Organismen, die im Meeresboden wohnen, dann beeinträchtigt. So ist die Argumentation. Nun sagen aber die Fischer oder auch die Untersuchungen, die es gibt, das kommt nun ganz darauf an, wie diese Netze beschwert sind. Also früher hat man das wohl häufiger mit Metall- und Stahlkugeln gemacht. Aber ich habe jetzt auch mit eigenen Augen gesehen, dass es kein Metall ist, sondern Gummi- und Kunststoffkugeln, die da am Netz verbaut sind. Und die Rollen, die berühren den Meeresboden wohl kaum beim Krabbenfischen, würden so insofern auch keinen großen Schaden oder keinen Schaden anrichten, ist die Argumentation eben der Fischer. Man muss sich ja auch fragen. Ich meine, jahrhundertelang hat es Krabbenfischerei gegeben, ohne dass das Watt nennenswert Schaden genommen hat. Ich glaube, es gibt noch ganz andere Faktoren, die dem Watt schaden oder dem Nordseeraum. Das ist ja ein naturgeschützter Raum. Auf jeden Fall muss es das auch sein. Aber es gibt auch ganz viele Offshore-Windanlagen da, die natürlich dann auch nicht gerade nur günstig sind. Zum Beispiel Seehunde, die wurden damit auch erst mal zum Teil verdrängt. Das haben wir auch gelernt. Wir waren nämlich auch noch auf dem Rückweg in Friedrichskog bei der Seehundaufzuchtstation. Sehr informativ und nett, die Tiere dort im Becken zu beobachten, auch wie sie sich unter Wasser da drehen und tummeln. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Krabbenfischern. Also die tun mir auch schon echt leid, weil bei allem Bemühen um Natur- und Umweltschutz, es sind ja Existenzen, die da bedroht sind. Und man sieht nicht Welten, schwarze Kreuze, so als Symbol für das Krabbenfischersterben. Und da gibt es jetzt noch Diskussionen drum. Ich glaube wirklich, dass wenn Tankeröl in die Nordsee verklappen oder Chemikalien oder Bohrinseln explodieren oder Pipelines explodieren oder was auch immer, das schadet viel mehr dem Meer und der Nordsee als diese Krabbenfischer, die sich ja selber nicht den Ast absägen wollen, auf dem sie sitzen. Und die haben es doch bestimmt auch im Blick. Also so habe ich jedenfalls viele Äußerungen jetzt auch lesen können. Na klar ist denen die Natur wichtig, aber man muss eben ihnen auch die Existenz lassen. In Deutschland werden dann rund 45 Prozent der Meeresgebiete betroffen von dieser EU-Richtlinie oder was da kommen soll. Und noch eins zu den Krabben, also die werden zwar da gefangen, aber völlig irrwitzig. Früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich weiß, dass die zum Teil zum Poolen, also ganz früher haben das die Büsumer Hausfrauen offenbar vor Ort, die Krabben gepult als Nebenverdienst. Eine mühselige Angelegenheit. Ich habe das selbst als Kind mal gemacht. Meine Mutter hat dann immer mal vom Markt frisch Krabben mitgebracht und dann haben wir da Stunde um Stunde gepult. Aber es ist ja eine Delikatesse. Und dann hat man aber gesagt, so, wir verfrachten den Krabbenfang aus Büsum, Norddeutschland, auf LKWs, fahren nach Marokko damit. Da lassen wir schnell poolen, billig Lohnland. Und dann retour das Ganze, um dann im Büsum wiederum die Krabbenbrötchen zu verkaufen mit in Marokko gepulten Krabben. Ähnelt doch eher der Kuh. Das schadet der Umwelt nur allemal. Ich habe gelesen irgendwo, dass es jetzt aber wohl auch Krabbenpoolmaschinen gibt, die dort zum Einsatz kommen vor Ort, sodass dieser Wahnsinnstransport wohl hoffentlich der Vergangenheit angehört. Ich finde, so fünf Tage reichen dann auch, wenn es jetzt so ein gemischtes Wetter ist. Im Sommer mag das ganz schön sein. Man hat da keinen Sand, muss man wissen. Es gibt keinen Strand in dem Sinne. Das ist Liegewiese-Vorteil. Bei Wind hat man keinen Sandkorn im Auge und auch an sonstigen Ritzen nicht. Und es gibt da so einen kleinen aufgeschütteten Bereich. Da kann man dann auch Kitesurfen. Und da gibt es so Kinderbespaßungen. Das ist so ein winziger Bereich, wo man dann auch ein bisschen Sand vorfindet. Und man hat da auch Strandkörbe, Museen gibt es und unendlich viele Shopping-Möglichkeiten. Gibt es da ausgeprägte Fußgängerzonen und Parks und eine schöne alte Kirche. Vier Tage haben uns jetzt gereicht. Da haben wir alles soweit gesehen und konnten auch ein bisschen die Umgebung beradeln. Und wie gesagt, auf dem Rückweg Friedrichskog mit den Seehund-Aufzuchtstationen. Die haben ja auch eine Internetseite. Kann man sich ja mal anschauen, was diese bieten. Kostet 11,50 Euro pro Person. Es gibt aber auch Ermäßigungen für bestimmte Gruppen. Das kenne ich auch noch aus den 80er Jahren, diese Aufzuchtstation. Das hat sich auch extrem gemausert. Jetzt ist es auch kein Verein mehr, sondern eine GmbH. Die haben da auch ordentlich investiert in die Becken. Wir haben eine getroffen, deren Freundin hat da ökologisches, freiwilliges Jahr auch verbracht. Das ist da auch möglich. Seehunde und Robben, Kegelrobben, man muss sie ja fein unterscheiden. Der Seehund hat einen rundlichen Kopf, die Kegelrobbe eher einen länglichen. Die, die dort in dem Becken zu sehen sind, das sind diejenigen, die nicht mehr auswilderbar sind. Also Ziel dieser Station ist ja, die Seehunde aufzugreifen, die vielleicht ihr Muttertier verloren haben durch irgendwie Sturmfluten oder aus Krankheitsgründen irgendwie angestrandet sind. Und die werden dann von den sogenannten Seehundjägern, der Begriff trifft es eigentlich nicht, das war früher mal, aber heute darf man natürlich keine Seehunde mehr jagen. Aber sie heißen noch so, aber sind alleine für den Zweck da, dass sie eben die Küsten absuchen, daraufhin, ob da irgendwo kranke kleine Seehunde liegen und Hilfe brauchen. Die schätzen das vor Ort ein. Man sollte niemals selbst an die Seehunde rantreten und sie anfassen. A, sie können Krankheiten übertragen. B, sie können auch beißen. Und dann lieber diese Station anrufen. Und da gibt es dann fachkundige Leute, die einschätzen können, was mit den Tieren geschehen soll. Und diejenigen, die dann zu krank sind, die bleiben dann in dem Becken, aber die anderen, die man wieder aufpäppeln kann und die dann auch das entsprechende Gewicht haben, die werden dann wieder in die Nordsee entlassen, wenn es ihnen wieder gut geht oder wenn sie groß geworden sind. Dann wünsche ich viel Vergnügen hier noch mit den Bildern und vielleicht viel Spaß im Urlaub in Büsum.